Sie haben Post. Wir kommen jetzt gerade vom Dreh einer Geobasterz-Folge. Ich guck mal, wie ihr da älter. Und wir haben eine First to Found. Nämlich von Anno83. Der hat aufgepasst. Anno83, herzlichen Glückwunsch. Du hast den alleinigen, wir können drin gucken, hier. Alleiniger First to Found geht an Anno83. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden deinen Brief natürlich vorlesen, aber nicht mehr heute, nicht jetzt, sondern in einer Geobasterz-Folge. Herzlichen Glückwunsch.